Ich guck mir das jetzt an. Ich guck mir das jetzt alles an. Nö. Okay. Wir gucken es jetzt an. Ich guck es direkt. Du bist jetzt wieder vier Minuten ruhig. Oder wir starten gleichzeitig. Ich guck bei dir mit rein, wie du reagierst. Okay. Hat nicht so viele Klicks. Der Stroh sagt angucken. Es ging eigentlich nur um die eine Szene, wie gesagt. Das ist der zweite Knopf drin. Ich guck mir alles. Ich will das nicht verschwenden, Chat, weil hier ist noch so viel Mais drin. Gemüse. Wir müssen alle Mais kommen und in die falsche Luft rein gucken. Gott, nicht. Was kann ich so sterben? Regeln Nummer eins. Nicht bei Maus und Tastatur am Arbeitsplatz essen. Wenn ich da sehe, wie da drei Maisdinger runterfallen. Geht mich alles. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist abartig, gell. Das ist abartig. Das Update ist da. Es raubt mir den Schlaf. Ohne Fortnite komm ich gar nicht mehr klar. Und es ist mir egal, was ihr darüber sagt. Bauen die Skypads bis hoch in die Charts. Wir bauen die Skypads. Der Steffen hat mir 200 Euro... Ach, das macht... ... und hat gesagt, ich soll... PS5-Sound. Der nervt immer. Schnauze PS5. Die muss doch mal wissen, wann sie ruhig ist. Ausschalten. ... und seitdem ist er gesetzt, Bruder, weil ich Angst habe, dass er mal Paypal zurückzieht. Digga, Steffen, ich mag ihn nicht. Bruder, hallo, 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 Tommi! Was? Ehrenmann. Sag was? Steffen, ich küsse dein Herz. Hat gut gegen Werder auch gespielt. Und deshalb ist er mir besonders sympathisch. Weil Wolfsburg hat gegen Werder gewonnen. Habe ich mich sehr gefreut. Bester Mann, oder? So sehe ich es auch. Wollte ich dem helfen oder nicht? Hey, Mauso, danke. Krieg ich noch Umarmung? Ja, bitte. Umarmung, bitte. Hallo? Ich warte auf meine Umarmung. Yo. What the fuck? Er hat noch einen Lachkampf vom Video. Da kommt eine unendlich traurige Werbung. Er lacht noch weiter. Das ist gut. Das ist sehr geil. Das feiere ich sehr. Das finde ich extrem gut. Ja, wie er lacht, was da für traumvolle Nachrichten steht. Wo sind die Hater? Sag ganz ehrlich. Der sieht aus wie Elotrix. Der sieht eins zu eins aus wie Elotrix. Sag ganz ehrlich jetzt. Okay, ja. Der sieht aus wie Elotrix. Der sieht aus wie Elotrix. Der sieht aus wie Elotrix. Was sieht der so aus wie Elotrix? Die Hater ist wieder aus wie Elotrix. Der ist einfach. Der Programmierer einfach einen Scherz erlaubt. Ja. Sag ganz ehrlich. Vom Gesicht ehrlich. Bruder, er ist ja nicht böse gemeint. Aber ey, der sieht so aus wie Elotrix. Das ist Game of Thrones? Okay. Ja, ne? Jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt habe ich alles gesehen, Digga. Bruder muss los. Nicht so auffällig, was? Damit ich rauswelle. Ey, Romadra hat mir erzählt. Was? Ich habe es dir alles verlassen. Dass du dein Rolex polierst. Ey, wieso nimmst du das nicht ein bisschen runter, dass man es nicht in der Cam sieht? Du kannst sie trotzdem sauber machen. Ich habe irgendwie... Ich hätte mein OBS nicht mehr offen. Ich schwör's dir. Das sollte gar nicht so abgehoben rüberkommen. Ich hätte mein OBS nicht mehr offen. Ich hätte dann sauber gemacht, wenn da so ein scheiß Blut drauf war. Wie feinlich. Ja. Wie scheiß aus. Zu übeln mit Absicht. Das war's aber nicht. Ich dachte, Romadra verarscht mich. Der ist ja noch geiler als ich dachte. Ja, Junge. Der ist der erste Stimme, der jemals seine Rolex unstrip poliert hat. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so krass sieht. Wirklich. What the fuck? Wie schlecht. Ich sag auch gar nichts. Ich sollte die einfach nur sauber machen. Alter. Wie lange auch. Ja, ich hab die einfach mit dem ganzen Tuch sauber gemacht. Komplett alle Flecken. Was jetzt? Was ist denn das für ein... Junge, wie lange hältst du dir die Kamera und machst die sauber? Es sollte... Es ist der weirdeste Flex, den es jemals hat. Ja, scheiß. Es ist ja aus dem Scheiß Flex, aber es ist keiner. Jo, ne, es ist keiner. Es ist keiner. Kannst du nicht mal fragen. Ich hab noch nie mit der Uhr geflext. Ne, alles gut. Das ist jetzt meine Streaming-Position. Na, guck mal, Schatz. Immer eine Hand auf der Schulter. Ne, du bist mir doch entgegen gekommen. Ich hab die halt sauber gemacht, so mit Absicht in der Kamera polieren halt. Und ich weiß, dass Unge eben noch... Ich sitz einfach so gemütlich, ja. Ich zieh mir jetzt fünf Stunden lang so. Vorbereiten beim Sport. Die kommen hin im Training, ja? Ach, scheiße, man. Und schalten, Rample. Fang an zu rennen, Junge. Kennt ihr die? Piss, die hab ich noch nie leiden können. Was war das? Was? Was? Also, grüß. Was? Warum? Was? Wo kam der denn jetzt her? Wo kam der denn jetzt her? Was war das? Heißt Trimmings Tim? Also, grüß. Lexi Hartmann, grüße geht raus. Das war mir im Bett fällt. Das hör ich mir an der Stelle überlegen, Digga. Sonst zeig ich dir nochmal den originalen Arschbauer. Ich schlaf auf der Couch. Zur Not. So. Und wenn die auch abgebaut wird, schlaf ich auf dem Pack. Hier zieh'n Pack und halt's Maul. Und wenn das nicht in Ordnung... Zieh'n Pack und halt's Maul. Wenn das nicht in Ordnung... Pack ziehen und's Maul halten! Ich blieb mich ins Aquarium. Und das Thema ist eigentlich auch wieder vom Tisch. Da ist halt ein bisschen was vorgefallen. Ich wollte das klären zwischen ihm und mir. Aber er wollte nicht. Und dann war ich ein bisschen nett. Und ja, jetzt hat sich die Sache auch wieder erlegt. Oh, 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 oh! Ja, gut. Gutes Video. Nicht alles war lustig, aber... Du hast dir halt übelst die Rolex poliert. Und das auch nicht allzu kurz. War keine Absicht. Du hast die so... Digga, diese Position. Wenn du deinen Arm auf die Armlehne packst, hier auf die Armlehne, dann ist das viel entspannter. Aber du hältst deinen ganzen Arm nach vorne... Ja, ich hätte OBS nicht offen... ...und den anderen Arm drauf. Das ist so eine scheiß... todesschwere Körperhaltung und du ziehst sie eine Minute lang durch für den Flex. Ja, es ist... Ich weiß, es sieht absolut dumm aus und flexig, aber ich wollte nicht flexen. Du, du wirst zwei Tage deine Rolex und machst das so unklipp. Scheiße. Ja, es ist geil. Es ist geil einfach. Warum ist das so nice? Okay. Im ersten Video bist du auch drin. Was denn? Don Madeleine Los